Ragnar Lodbrok. Diesen Namen hab ich schon einmal gehört. Ich möchte mit noch mehr Schiffen nach Westen segeln. Dein Mann ist wahrhaftig in Gefahr. Ich habe Angst. Es ist oft besser, nichts über sein Schicksal zu wissen. Nach dem großen Staffelfinale. Guckst du ohne den Sinn! Immer noch wütend auf mich! Was ist es, das du wirklich willst? Wird nichts mehr sein wie zuvor. Ich denke, dass er eine Gefahr für sich selbst ist. Vikings. Das Finale der ersten Staffel. Morgen 23.30 Uhr pro 7.